die kohle natürlich auch die ärzte können wir auch gleich mit einpacken das ist da hinten noch mal genügend platz ja mir wurde empfohlen ich könnte noch einen zweiten ding anschließen aber ich glaube wir haben sowieso bald geschafft von dem her ist es gerade wurscht redstone ich habe echt wieder mal die mann diamanten wusste ich gar nicht mehr so jetzt erstmal die rc regelmäßig verteilen gleichmäßig verteilen hier mal kupfer da mal eisen rein na mal gold ach ich habe noch zinn über okay kommt das hat später rein packt mal den sand da rein ich da wahrscheinlich gar nicht so viel brauchen werde ich mal das hier dahin auf jeden fall jetzt hier mal juju hier braucht dann 44 ju bitte ich hole mal kurz ne fuhre redstone dann kann ich nämlich mit zinn und kabel die ich nicht habe kabel die ich gleich habe so 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 ein paar dingen sind machen akkus so 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 jetzt uns viele akkus 14 stück geht noch das jetzt dann schon aus dann kann ich ja wenn man ein paar generatoren machen generatoren falsches project table da rein jetzt wieder bloß ein paar dingen sind gerade mal vier das ist ja noch nicht so der bürger wie man da auch der kohle stopp langsam aus ich muss ja eins frei kriegen ja dürft ihr gleich durch sein ich habe uran noch das kurz ein kompressor heute wird natürlich viel gebastelt und umeinander geschichtet also mal schauen wird halt jetzt sehr sehr dass die kraft lastig wird als sehr technisch ist natürlich auch die technik mod also nicht die technik mod das ist was anderes das gibt es ja auch noch mal extra das heißt das heißt sogar technik nicht nicht täcke es gibt wirklich sogar noch technik sind ein paar andere mods noch drin aber ich habe hier noch kohle stopp sagt mir das schon wieder keiner kohle staub kohle staub und hier brauche ich jetzt wieder nach ich habe gummi aber kein jetzt geht's los ich muss mein kupferblock schlachten nein ruhig nicht mach das so schlachte ich mein kupferblock doch nicht aber ich wäre inzwischen so weit das ich machen könnte ich verbrauche diesmal richtig viel zeug geht du bist frei packe ich immer die holzkohle rein du bist auch frei hoch wollte ich ganz rein hauen so nehmen das glas mit das glas das kommt dahin holzkohle ist da drin ich brauche jetzt nur noch das mein kupfer das mein kupfer so zack und zack ich will jetzt jedes mal wieder unten ist der dingens glaube hier rein zack ich brauche von denen und das ist auch aus dem inventar aus scheiße nein fuhr mist und macht das könnte eventuell aus dem inventar ausnehmen macht das leider nicht so 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 die beiden noch nach ich hab's jetzt genau falsch rum gemacht ich hält ist natürlich so rum so jetzt passt nimmt also nicht aus dem inventar aus wo ein mister von den tja beide beide terraform werde ich nicht verwenden ich glaube das habe ich schon mal gesagt weil der ender zu extrem die biome das werde ich nicht machen aus sind als kann ich jetzt irgendwo einsetzen ein bisschen kupfererz muss gut schauen ich werde aber mir gerade mehr kupfer als bronze brauchen deswegen brauche ich dass die rauch direkt da rein und ich gehe mal wieder raus sind gummi sammeln das werden jetzt noch ziemlich oft tun mal schauen wie lang brauchen wird bis ich anfangen muss ärzte zu sammeln also wegen eisen und so weiter kupfer habe ich jetzt recht viel möchte ich meinen da muss ich erst mal die kupfer blöcke loswerden ein kupfer block ein stack kupfer block sind insgesamt neun stacks kupfer also das zu vernichten das wird schon ein bisschen dauern und ich habe insgesamt drei blöcke also drei stacks blöcke da bezweifle ich jetzt einmal kurz dass wieder so schnell ja diese loswerden eher das redstone was wir glaube sowieso schon wieder knapp um in der unteren grenze ist jetzt habe ich eigentlich in der kiste ist gerade gar nicht sind gerade alles im project table project table liegen das sind 14 stück list ich glaube ich muss mal wirklich eine mining folge einlegen also ich habe ja sowieso schon bei ewigkeiten mal angekündigt wenn ich mal wieder so meinen dieses strip mining da werde ich sowieso das immer schnell rapte zeitraffer machen und ich kann eigentlich runter mal rausholen und die auch das auch die katze das macht ihr da das war die katze mit sie mit sie mit sie das möchte ich nicht darüber springen mit sie mit sie mit sie mit sie mit sie komm mir komm mir geht sie da bist du jetzt stelle ich jetzt mal da ab und der hund ich habe beide hunde hier ist es blöd rumstehen keine ahnung acht bleibt doch da stehen ich wurde noch gefragt warum hier die synergie gehabt keine ahnung das verfahren damit hier bisschen geräusche sind das machen die schaffe eigentlich schon könnt ihr eigentlich alle zum bauernhof oder umziehen lassen und sowieso überlegen ob ich das vielleicht irgendwie automatisch macht ihr bei der scharfen vielleicht automatische schermaschine bau ist er jetzt nicht so schwer die pläuer ja könnte man machen aber jetzt noch nicht später vielleicht irgendwann so ist man gut schauen habe ich hier weißen gold nämlich kopf staub poli staub sind staub und das gold staub reinpacken ich werde sowieso mehr dinge brauchen als muss da rein das könnte ich dahin habe gott keine schaltkreise habe gerade kein gummi brauche gummi 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 so zack zack packen wir das da rein und zwar schaltkreise hier jetzt ist mir das redstone ausgegangen und doch gerade die kabel das ist ja passt ja gerade so ach ich habe gerade bloß ein ding gehabt ist jetzt schon das wird ein sehr sehr lang ist unterfangen was ich hier vorhabe das gold kann ich wegpacken gold schweck packen habe ich noch wir gerade nacht irgendwo kurz ins bett ich kann auch nachts schlafen das kenne ich ja schon muss ich mein jetpack wo ist mein jetpack ist da drin oder tache warum habe ich etwas zum essen dabei ich weiß ich habe ein hunger ding aber das wird sich nicht vermindern als ob man das essen mal da weg und jetzt kann ich schlafen gehen schlafen gehen schlafen gehen was wollte ich jetzt nach kurz koppels holen mal kurz zum query der generiert mehr das wunderbar beziehungsweise hier ein koppel automatisch muss kurz schauen wahrscheinlich überfüllt sich das ding bald nein noch nicht das überfüllt noch nicht lol hier hast du auf jeden fall genug okay ich habe gerade ein interessantes gleichgewicht festgestellt interessant wo schwarz scheint voll zu sein wenn wir hier kurz die hälfte raus damit es nicht so rum zuckelt sonst weiß scheint auch voll zu sein das ist doch ein bisschen zu viel weil die anderen was habe ich jetzt nach komm mal auf neun das ganze mal auf neun statt auf acht hat ein bisschen längeren weg mal schauen ob das klappt hier habe ich ja nur noch scrap rumfliegen das reicht ja hier noch vollkommen aus immer hier kurz die hälfte raus weil der strom hier doch noch nicht ganz so gut durchläuft so ich wollte eigentlich ja koppels rausholen ich nehme jetzt mal aus der kiste hier immer mal so vier stück also vier stacks meinte ich natürlich dann können wir da mal ein paar öfen machen so so halben stack öfen hoch habe ich noch habe ich noch habe ich gar nicht mehr ach du heilige ja ich müsste es auch irgendwie schön eisen generieren können was machen hier eigentlich so nach der schande ich habe sogar doch nicht so viele die akkus gerade wurscht so zack gibt mir noch mal drei also hier ist ja gerade alles aus ich brauche redstone ich werde natürlich jetzt meine materie dafür hernehmen müsste ich jetzt nicht runter gehen was machst du da so ich weiß dass mir jetzt gerade wurscht materie die zwei stacks rein behalten neue beispiel für die akkus oder machen wir so wie kriegst du die 16 dann fehlt mir grad gummi habe ich hier sie müssen wieder nach gott was schon pressen sagen naja ist das vielleicht jetzt nicht muss auf jeden fall wiederholen gehen da rein zwei stück da rein macht gerade mal einer ja etwas mühselig ich habe jetzt schon wieder vier das macht acht wieder neue runde starten verdammt ich brauche aber dafür zwei kabel ein ewiger teufelskreis kabel ist das was ich jeden fall immer brauchen werde ich habe ja eigentlich in überfluss möchte ja schon fast sagen kommst du ja so sieht jemand noch irgendwo da schreit jetzt bitte hier da hinten da ist es gebär gut das war es jetzt glaube ich immer wieder rein heute schon mal in meinen netten extractor das uran dürfte jetzt auch schon fertig sein komm ich bringe das mal schnell hinter so mal die ganzen ach ist das schön mit dem geraden weg wir kommen einfach mal durch rennen muss man nicht immer so blöd herumhüpfen obwohl es ein bisschen karl ist ja vielleicht sollte ich ein paar bäume pflanzen was soll ich jetzt da hier läuft auf jeden fall noch alles wir sind das uran rein ich will immer noch eis rumfliegen naja jetzt lass mich hier rein jetzt hat hier wirklich noch ein baum oder so pflanzen mal schott spiel karl aus schüttel karl aus moment ich pflanze mal kurz ein bäumchen das ein oder andere vielleicht hier so darauf dem dingen star da 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 vielleicht da mal schauen so bäumchen pflanzen damit es nach was ausschaut so und vielleicht hier ein bäumchen ein bäumchen da ein bäumchen schon sehr regelmäßig aus aber jetzt die ganz symmetrisch ist so ne jetzt passt doch nicht 1 2 3 4 1 2 3 4 doch passt ja ich weiß ich würde meine symmetrie wahrscheinlich schon hoffentlich schaut es dann auch besser aus und da kann ich es immer noch weghacken wäre jetzt auch nicht so das problem ich habe ein bisschen viel setzlinge ich könnte eigentlich mal kurz darauf einschmeißen werde ich so als ob ich nicht genug von scrap hätte inzwischen wie viel euch brauche ich das falsche kupfer ding